Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily Dax am heutigen Montag, dem 28. August 2023. Guter Start in die neue Börsenwoche für den deutschen Aktien. Jetzt ging es rund ein Prozent nach oben. Nichtsdestotrotz ist eben mit dieser derzeitigen Kurserholung noch lange kein Trendwechsel vorliegen. Dies gilt es durchaus immer wieder zu berücksichtigen. Wir bekannt ist auf jeden Fall der Bereich von 15.950 bis rund 16.000 Punkte. Aber wenn wir eben heute einmal den Fokus legen auf den sogenannten Stundenchart, fällt bereits hier einiges an Kurswiderständen in einem etwas niedrigeren Niveau bereits auf. Denn zum einen ist allein schon der Abwärtstrend im Stundenchart noch immer intakt und fungiert eben als erster stärkerer Kurswiderstand. Bei einem möglichen Ausbruchsversuch kommt hier eben ein weiterer gleitender Durchschnitt zum Tragen. Der hier durchaus auch eben für einen potenziellen Fehlausbruch zur Oberseite schnell sorgen könnte, wenn die Bullen wieder dort in die Knie gezwungen werden. Also Vorsicht eben vor den derzeitigen kurzfristigen Widerständen im Stundenchart, als auch vor den übergeordneten Chartwiderständen vorerst ist und bleibt das nur als eine reine Kurserholung hier einzuordnen. Kommt die größere Kurserholung bei Zalando zustande, sehen wir hier den Beginn einer Bodenbildung. Noch ist die Dynamik ein wenig zaghaft, muss man sagen, aber man sieht zumindest, dass die Zalando-Aktie es geschafft hat, die Abwärtsdynamik zu bremsen, zu stoppen. Die Aktie ist in Summe in einer breiten Bewegung unterwegs, hat also auch einen relativ großen Radius, in dem sich das Unternehmen bzw. dessen Papier hier bewegen könnte. Auf der Unterseite 24 Euro, auf der Oberseite rund 32 Euro. Das sind so ein bisschen die unteren als auch oberen Begrenzungsmarken, die es hier zu beachten gilt. Und auf der einen Seite natürlich sollte man weiter anschauen, sollte sich hier die Aktie oberhalb des Tiefs aus dem Monaten Juli als auch Juni einen Boden bilden, könnte hier tatsächlich eine größere Kurserholung innerhalb der breiten Seitwärtsbewegung wieder ein Thema sein. Ich wünsche Ihnen jetzt zunächst einmal einen schönen Abend und bis morgen früh, dann natürlich wieder mit dem Blick auf die amerikanische Wall Street.